So, wir sind schon ganz gespannt, Roman. Ja! Wie es jetzt weitergeht in der Burg Lothric. Auf jeden Fall bin ich auch gespannt. Ja, wo geht es denn hier lang? Links. Links. Ne, warte mal, so einfach kann man es gar nicht sagen. Hier geht es durch, guck mal, ne, Quatsch. Geh nochmal zu der Statue vielleicht. Das ist bestimmt Ende. Was denn für eine Statue? Hier in der Mitte. Hier in der Mitte anguckt, ne? Ach so, vielleicht meinst du, hier geht so ein geheimer Gang hinten auf. Ach, das Becken haben wir ja bekommen. Hä? Das haben wir doch direkt da bekommen. Ja, aber dann kam auch schon direkt die Tänzerin. Ach so. Ah. So, und der bricht jetzt nämlich da rein oder schlägt sich irgendwie den Kopf ab? Ohne, wir müssen rein weinen. Oh, oh, oh. Alter, tatsächlich. Ey. Du hast recht. Ey, beides sogar. Wie makaber. Da kommt Blut raus und er hat sich halt den Kopf abgeschnitten. Das ist auch Blut. Oh, ecklich. Das ist Dunkelsuppe. Alter, wie ecklich. Zack, bumm. Und durch das Gewicht dieser Schüssel fährt jetzt das ganze Ding weg. Keine Ahnung, wie diese Geheimsachen funktionieren. Nee, keine Ahnung. Ich würde es mir auf jeden Fall anders überlegen. Kann ja jeder kommen mit irgendeinem Becken. Jetzt kommt die Leiter runter. Cool. Ich dachte, das geht nach unten. Ja, das dachte ich auch. Weil unten waren diese Platten so hintereinander. Naja, egal. Kannst du aber nochmal, bevor du weitergehst, an unseren Schlüsselbund gucken. An unseren Schlüsselbund? Na. Was sehe ich da? Na, Schlüssel. Hier. Ja, genau. Ja, genau. Und, nu? Guck mal, wir haben noch Fürstenasche. Ach, die müssen wir noch von Jürgen zurückgeben. Okay. Nein. Den nicht. Nee, hier unten irgend so eins. Den nicht. Den ist so schnell. Den hast du ja auch benutzt, nach draußen. Nee. Den hat es mir auch schon. Nee. Alkanalisation, Aufzug weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, den auch nicht. Nee. Dann haben wir keinen. Oder das hier. Rechts. Schlüssel zur ältesten Zelle des Verlieses von Irithee. Baufähige Tometer und das haben wir auch. Die anderen nach rechts. Die Sperrtenfenster des Kerkers. Was ist das hier? Silberne Puppe, die einen Knappen darstellt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll irgendein Schlüssel noch für hier sein. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt hier hoch. Ja. Mann. Dieser Schlüsselkram. Ich bin auch ganz wirr. Übrigens kam letztens wieder Ghostbusters. Und da war wieder das mit dem Schlüsselmeister. Ja, ja. Was ich finde. So. Ich muss mich nicht erinnern, der Schauspieler. Ehrlich? Ja. Dieser mit der Brille. Rick Moranis. Rick Moranis. Genau. Ich bin noch voraus. Nicht vorausscheinbare Wand. Sicher. Ich hau trotzdem mal drauf. Schade. Ach, Lügner. Geil. Guck mal. Ja, ja stimmt. Ha, ha, ha. Hat der andere das dazu geschrieben. Gut. Dann gehe ich jetzt hier lang. Da geht es zwar raus, aber ich gehe gerade aus. Wir haben auch in Irithil noch nicht alles entdeckt. Das ist alles sehr... Nein. Das sind hier. Ritter. Priester. Gräber. Boah, Kutu die ganzen Blutflecken an. Ich glaube, es wäre einfacher zuerst, diesen komischen Kuttenmeister da zu killen. Ey, Kutu. Mach den ganz schnell tot. Hier vorne den. Ja. Mach ich. Boah, der hat rote Augen. Ey, der hat dich gekillt. Der hat mich one-hitted. Und der heilt den. Ey, krasser Raum. Boah, krasser Raum. Ich gehe links erst mal. Ja. Ach so, übrigens. Aber den muss ich auch noch machen. Weißen? Da haben wir uns gleich diesem Pyromanen gewidmet und mal so eine Feuerhand von ihm gekauft. Ach ja, stimmt. Und ein Feuerballjunge. Hätte ich ja jetzt draufschleudern können. Zum Ablocken. Genau. Na gut, gucken wir mal. Und den setze ich quasi wie Waffe ein. Also Trigger und dann geht's los. Ist das nochmal ein? Nein, komm. Hier ist der Raum. Wir wollen den Leuten ja was zeigen und nicht wie ich ständig draufgehe. Was sind denn hier schon wieder für Nachrichten? Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Und hier können wir auch mal gucken. Stimmte Sackgasse, hm? Öffnen? Ja. Haha, Sackgasse. Hier gibt's auch nichts. Da geht's auch viel zu weit runter. Na, aber so lange es nur einer ist. Geh, Helden macht tot. Hey, was hat denn der für einen Knüppel? Haha! Boah! Na dann komm her! Junge! Ey, das ist der übelste Bulli. Ja, richtig. Was macht der denn? Geh hinter ihn! Mach ich doch! Nee. Ey! Jetzt solltest du aber auch wieder analysieren, ne? Das hat nur bei Altrich funktioniert. Stimmt. Aber er hat mich erstmal in Ruhe gelassen. Gut, gut, reicht. Die sind so ein bisschen wie die, ähm, wie es in der Kathedrale gab, bevor man die erste Spindel immer gesehen hat, weißt du? Genau, der... Das macht dann jetzt. Jetzt verzaubert er seine Keule. Junge! Die kennen wir eigentlich schon. Die hatten nur keine blauen Gewänder, sondern schwarze. Das geht ja schon gut los. Ja, ja, hau du ruhig mit deiner scheiß Keule zu. Ich denk dran, die explodieren, diese Kurden. Was wusste ich überhaupt nicht? Diese Leuchtdinger, die auch wohl hinterlässt. Ey, ich kann mich nicht... Oh, ich kann mich nicht wickeln! Ja, weil du plötzlich gegen das Kalender gelaufen bist. Ey, was denn? Wie denn? Ey, ich... Es geht ja gut los. Das ist aber faktisch. Jetzt! Wegsteppen! Jawoll! Step in, back! Du Arschloch! Töten gleich drauf! Ja, ich töte! Gut reicht, gut reicht. Zwei Schläge noch. Ja. Ja! Ah! Da singst du nieder, Junge! Große Titanitscherbe. Toll! Neigstens was? Sieben Flakoners noch. Super. Phantom wird benötigt. Nee. Die lauern noch nicht. Mach keinen Mist! Nein! Ach, das ist ja zum Wiederholholen. Ich guck erstmal hier durch, diese ganzen Fenster. So, da ist nichts. Aber hier vielleicht. Sorry. Ey! Da geht's bestimmt hin. Ja, da geht's weiter. Da unten. Da müssen wir hin. Ich steig mal in den Fahrstuhl ein. Fahrstuhl! Oh, es geht nach unten. Also direkt genau in die Richtung. Guck mal immer nach unten, damit man nichts verpasst. Ach so, hier an der Seite. So, seltsam hätte man nämlich jetzt rausgekont. Na, hast du nicht gemacht. Nee, aber hallo, wie schnell soll ich denn reagieren? Wir fahren jetzt einfach wieder hoch. Wo kommt denn das Ding? Ich fahr beim Runterfahren. Jetzt! Etwas erstaunlich ist es voraus. Ja, Garten des verzehrten Königs. Guck mal nochmal in den Raum, wo du jetzt reingesprungen bist. Weißt du da nochmal was? Nee. Nö. Aber gut. Wie geht's denn? Hier sieht's ja übelst schön aus. Naja. Das ist idyllisch. Da hätten wir schon wieder einen Gegner. Mann! Immer diese Gegner. Immer diese Sackgassen. Estus-Schabe. Voll geil, ey. Sehr gut. Das macht Nummer 12. Was ist da hinten? Guck mal da hinten! Guck mal da hinten! Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist hier so ein Mutierter. Da muss ich hin. Jo, schön. Da muss ich jetzt hin. Super, oder? Hä? Nee, da muss ich gar nicht hin. Super. Doch. Doch. Da springe ich auf den Bogen. Ja, ich springe. Titanit-Brocken. Voll gut. Guck mal, spring mal auf das nächste. Versucht springen. Das geht doch nicht. Ach, da hinten hin. Ja. Ja. Du warst schon drauf. Ey, ich war drauf. Hammer. Ey, das vergiftet dich im Nu. Shit. Ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft. Ah, da geht es wieder hoch. Da geht es wieder hoch. Soll ich ein bisschen abkühlen? Ah, nee, komm. Das hat eh keinen Sinn. Zieh rum. Da geht es nicht hoch. Nein, da geht es nicht hoch. Das muss wieder von Fahrstuhl aus. Oh, gut. Gerade noch. Was ist denn da hinten los? Ja, das sind diese Mutierten. Aber kämpfen, bekämpfen die sich gegenseitig? Die laufen einfach nur. Das war ein Item, ich weiß. Aber ich glaube, das ist mal hier. Ah, da unten geht es noch rein. Und dann fahre ich den Fahrstuhl hoch. Ha, ha. Ich muss dabei erst rufen. Ja, stimmt. Oh, shitty. Wo ist hier denn der... Linksbums? Da hinten ist noch was. Links. Doch nicht. Ha, ha. Ne. Wo ist es denn? Na, da ist doch der Schalter. Wo denn? Links neben dir. Hä? Na, das Ding dort. Ach, das Ding hier. Sag das doch. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Guck mal, meine Vergiftung singt gut, oder? Ja, deine Lebenspunkte singt. Ja, ich weiß. Aber wie schnell nicht. Ja. Geh jetzt auf den Fahrstuhl und entgifte dich mal. Jo. Ich da. Trink erst mal was, du stirbst gleich. Ach, so schlimm ist das nicht. Ja, so jetzt entgiften. Hallo. Ja. Was ist denn hier entgiften? Lila, Moosklumpen oder der andere Klumpen. Lila? Verringert Giftsammlung. Hilft. Ja, genau. Zack, bumm, los. So, das falsche. Nächstes. Wie nächstes? Was ist das Falsche? Ja, du brauchst das mit den weißen Blüten noch. Hä? Nämlich besser. Mindergift. Also, was ist denn das für eine Verarschung? Da stand doch eben irgendwas mit... Na, es gibt starkes Gift und schwaches Gift. Ach, das ist doch übertrieben. Und dementsprechend starke Heilung und schwache Heilung. Das ist doch schon wieder übertrieben. So, du bist da drauf gekommen, meines Wissens ohne zu rollen. Ja, richtig. Nein! Das war ein richtig schlechter Winkel, ey. Lass es jetzt gut sein. Ja, ich lass es doch gut sein. Ja, genau. Kämpf lieber den da. Ey, gut. Ja. Trink. Ja. Er tötet dich. Ich weiß. Warum nochmal wolltest du unbedingt hier? Weiß ich jetzt nicht. Weil es ein neues Gebiet ist. Stimmt. Ja. Ich geh aber auch wieder dahin. Oder soll ich jetzt mal den komischen Ritter machen? In diesem Raum? In dem Raum. Ich mach jetzt mal den Ritter in dem Raum. Mit seinem Kumpel. Gab es nicht noch einen dritten Weg? Nee. Der dritte Weg war nur hoch an die Wand. Ach ja. Denkt man, man läuft ein bisschen in der Burg rum und schon kommt Giftsumpf. Ja, genau. Giftgülle. Giftgülle. Mit mutierten Mutis. Ja. Ich könnte auch einfach das Scheißding anvisieren und dauernd irgendwas werfen. Na. Ah, er steht schon auf. Gut. Ja, das ist auch gut. Ja, ja. Solange der Anteil nicht gab es. Jetzt hole ich den jetzt mal hier hinten hin. Das ist aber, lässt sich aber Zeit. Ja, der hat mich noch gar nicht gesehen. Das war jetzt nur der Trigger, dass ich überhaupt in dem Raum bin. Er hatte ich schon gesehen. Er fühlt sich übrigens cool. Ey. Ey. Ach so. Falsche Taste. Cool. Jetzt kommt er angespeigt. Yo. Gut, oder? Hahaha. Kannst Feuer werfen, wenn die das abwerben wollen. Oh. Was so, jetzt? Nein. Nein, Pyromantie. Wupprom. Stimmt. Ey, gut. Hallo, du musst R1 drücken. Ach so, stimmt ja. Warum solltest du R2 drücken? Ich weiß es. Trink. Ich trinke erst mal. Trink. Ich trinke. Er kommt übrigens an. Ey, es sind so viele Tasten hier. Verdammte Scheiße. Komm jetzt hierher, du dumm Kopf. R1. Ey, ich drück doch R1. Drück doch mal R1. Nein, da hat er sein Schild oben. Ist doch egal. Ach so. Ja, jetzt hättest du voll schlagen können. Nee, schlagen, das wird nichts. Ich werfe ein Messer. Ja, es frinkt genauso wenig, wenn er sein Schild hat. Was war das? Ein Messerfeuer, weil... Gut, oder? Siehst du, das ist Verschwendung. Stimmt. Nein, Alter. Komm schon. Gut. Ey, guck mal, der kommt irgendwie nicht über die Kante. Geil, oder? Übelster Trick. Jetzt hast du keine Feuer mehr. Egal. Keine Feuermagie mehr. Dann werfe ich jetzt nur noch ein Messer. Geil. Ich habe ihn besiegt. Gibst du. Oh, jo, weiter. Ja. Übelst du den Kopf. Schade. Du musst ihn nicht so weit zurück. Ja, genau, richtig. Jetzt los. Na, das war dumm getimt. Ja. Er kommt dann ab einer bestimmten Schwelle zurückgerannt. Jetzt. Zack. Nochmal. Zack. Hehehe. Ach, er hat übelst durchgeworfen. Guck mal, er hat übelst Wurz an sich drinstecken. Na ja, mein ich ja. Voll der Dönerspieß. Voll der Dönerspieß. Das ist aber echt dumm. Voll der Dönerspieß, oder? Ja. Nein, gut für dich. Oh. In den Kopf, hast du es gesehen? Jetzt mach den anderen ganz schnell tot. Der kann nicht viel. Ja. Lass mal einsammeln. Ganz schnell tot. Ich mach ihn ganz schnell tot. Übelst hart. Du dummer Kunde. Geil. Und schon habe ich ihn weggemacht. Schon habe ich ihn weggemacht, ja. Super. Ich hole das Item. Ich hole das Item. Das Entmutigende. Und ich will das Schwert. Och, Junge. Voll krass. Geil. Ich liege hier rum, aber du kannst es nicht haben. Schade. Ist ja scheiße. Gucken wir nochmal ein bisschen hier rum. Ah, siehst du? Da geht es nämlich hoch. Und da geht es auch noch. Und alter Schwerte, da hat sich was bewegt. Geh jetzt mal in die andere Richtung. Was ist da? Warum denn das? Das ist doch geil. Na, weil du da die Tür öffnen kannst. Ach, hier. Voll der Hebel. Der Hebel. Nein, gerostet. Ja, dann ist ja klar. Übelst verrostet. Ist da unten. Schwarz ist nix. Ach, siehst du? Und in diesem Keller kann man auch noch von Irithil. Och, du kennst dich wieder aus. Ich habe doch keinen Plan. Wo du mal reingeguckt hast, da gab es nochmal so eine Echse. Hm. Noch so eine Echse. Meinst du so eine Brückenechse? No. Diese Viecher, ey. Dumm. Noch ein Ritter. Geil. Ach, tot. Mach ich. Junge. Der hat keine roten Augen. Das dürfte eigentlich okay sein. So. Hinter dir. Hinter mir ist noch einer. Juppie. Ey, die leuchten plötzlich. Ja, ich hau ab. Ach, da an der Ecke steht nämlich einer. Ja, der hält die wieder. Ne, der bufft die. Der bufft die. So, jetzt warte ich nämlich. Der bufft die. Guck mal hier. Ach ne, warte mal. Hier ist doch die übelste Hardcore. Ist schon in Türen. Hm, aber so viele Messer hast du nicht mehr. Komm doch. Jetzt bekämpft du ihn aber, der andere ist weg. Ja, warte, der ist in der Ecke da hinten. Nein. Nicht? Na dann bekämpfe ich ihn. Aber nur, wenn der nicht mehr ist. Echt. Warum schlägt der denn da alles kaputt? Warum lässt du dich denn treffen? Ey, weil ich ihn nicht gesehen habe. Naja, du musstest doch aber, dass er da ist. Ey, was macht der denn? Gut. Oh, Alter, so in Rage. Mann, ey. Was machst du denn? Warum ist er denn so gut? Mach doch mal dein Schild da oben. Mach einfach dein Schild nicht hoch. Ne, mach ich auch nicht. Ja, mach doch mal. Doch. Er tötet dich. Er tötet mich überhaupt nicht. Er tötet mich ohne Schild. Äh, mit Schild. Ja, weil du so einen harten Schlag um ihn abhören wolltest. Harten Schläge ausweichen und... Guck mal, hier, so macht man das. Ja, bitch. So. Ja, ist das kreien. Oh, Mann, hab ich Schiss, ey. Trinken. Da ist er wieder. Ich hab nur... Komm. Der hat nur ein Speer, der ist nicht so schnell. Der hat nur ein Speer, der ist nicht so schnell. Von hinten rannen und töten. Das ist scheiße. Ey, schau. Aber wie siehst du ihn auch nicht an? Ich weiß es doch nicht. Ich renne rum wie bekloppt. Aua, aua. Ey. Was? Schild hoch. Nein, doch. Das ist eigentlich so ein Kopf los. Nein, warte jetzt. Ich muss an der Seite vorbeispringen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Du dummer Kopf. Was denn für ein Kopf? Ich weiß es doch nicht. Trink doch nicht so vor eigentlich. Doch. Jetzt. Oh, warum schlägt er denn so spät? Er hat auch zählt oben. Ja, und jetzt glaube ich gleich irgendwie rum. Verwechseln und zerschnetzeln. Yeah. Gut. Oh, geil. Helm und Stulz. Sehr schön. Wir haben uns irgendwann mal einen Helm. Was jetzt? Echt? Ach, die Spinnenweben. Nein. Ey, ich weiß es doch. Ey, warum schaltet der nicht nach links? Wo ist er denn? Nee. Welcher ist es denn? Lothric Helm. Wo ist er denn? Rechts. Hey, links. Na, Mitte. Hier ist er doch. Alter, der ist gut. Gar nicht so gut. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so gut. Zeig mal die Gewichts... Was denn? Wie viel Gewicht? 58,2. Naja, also mehr. Nimm mal den Helm. Ich glaube, das können wir verkraften, oder? Gut. Yo. Haben wir immer noch keine Fettrollen. Soll ich den anderen Kram? Sag mal, Stülpen und was hatten wir noch? Nur Stülpen. Ach so. Wir hatten doch irgendwas anderes noch. Ja. Drei Sachen waren es. Das waren aber nur Seelen. Äh, Titanitscherben eigentlich. Ach so. Wo ist denn das? Na, da unten sind diese, die so gliedrig sind. Die gliedrigen? Silberritterstülpen? Nee. Nein, da drüber, über unseren. Da ist es doch. Nee, nicht gut. Nee, nicht gut. Nehmen wir. Jetzt gucken wir uns mal unseren neuen Helm an. Cool. Oh, Mann. Schön. Voll poliert und jetzt unsere Dreckskluft. Ja, genau. Geh schnell um die Ecke und töte diesen dicken Spacken. Wo war der denn? Oben? Ja, schnell. Ja, wie schnell? Na, renn doch mal hin. Da ist er doch. Naja. Sag das doch gleich. Na, wo ist oben rechts? Na, ich dachte jetzt noch hier um die Ecke. So, jetzt gucken wir uns mal da links. Da ist ein Tisch. Jetzt hauen wir uns mal den Tisch kaputt hier. Verdammte Axt aus Wut. Ne, Vorwut heißt es ja. Was ist das da? Was ist denn das hier? Guck mal, der trägt seinen Kopf in den Händen. Alter. Hut. Kaber. So, wie viel habe ich denn? Aha. Ich habe dich genau gesehen. Hä? Was machst du denn? Ja. Hast du den gesehen? Ja, er ist halt zu nah geschlagen. Gut, oder? Muss ich zugeben. Ja. Ich habe ihn sogar getreten aus Versehen. Das ist doch schon wieder eine Falle. Geh rein. Geh rein. Das sagt er einfach, geh rein. Da ist ein Leuchtfeuer. Ich sehe es. Mach es an. Ich mache es an. Voll gut. Gut. Sehr schön. Ja, ich darf mich ja gar nicht dran setzen, um zu wissen, wie es heilt. Guck mal, ist das da auch wieder so ein Schwert? Liegen überall Schwerter rum. Und keiner darf sie benutzen. Ja. Mann, ey. Kannst du dich schon hinsetzen, weil in dem Raum ist doch keiner. Stimmt. Ach nee, da kommen die vielleicht. Meinst du von da hinten? Vielleicht kontrollieren die hier so weit, ja. Ja, gut. Komm, ich habe da noch fünf, ist doch okay. Ja. Guck jetzt erst mal hier auf den Balkon. Jetzt müsstest du in diesem Dreiwegsraum. Ach genau, jetzt bist du in der Kathedrale. Oh. Übel. Waren wir da schon? Nee, waren wir noch nicht. Hä, da ist doch die Tänzerin gewesen. Ja, aber doch nicht hier oben, meine ich. Da oben über dieses Ding laufen. Geh mal hier weiter hoch. Ja, hier geht es nur runter. Ach so, dann. Dann gehe ich erstmal runter. Das ist da, wo man sich zwischen den drei Wegen entscheiden kann. Okay. Ich gehe hier hoch. Kannst du da abkürzen. Ich gehe hier hoch. Das sieht gut aus. Kamin. Schöner Kamin. Schild hoch. Eine Kiste. Erste Item. Erste Item. Was, eine Kiste ist auch da? Ja, ja. Bestimmt so eine fiese Arschi-Kiste. Da oben ist er. Oh, schnell weg. Nee, töten. Ist das eine Kreiskiste? Oh, es ist eine Kreiskiste. Das ist, glaube ich, eine normale. Hoffe ich. Nee, erst töten. Naja, hatte ich nicht gesehen. Guck mal, da steht er. Naja, der kommt. Nee, das ist ja nur ein normaler Punkt. Das ist voll der Zombie. Ey. Oh, ein etwas normal stärkerer Punkt. Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen. Hat er mich jetzt verdingst, vergiftet? Zack. Trotzdem hat er mich getroffen, der Sack. Saftsack. Ja, gib ruhig auf, Kunde. Kiste. Guck mal, da oben ist schon wieder einer. Oh, geil. Ich freue mich. So, ich mache den übelsten Hardcore-Angriff. Ja. Wohl. Gut. Ich habe mal keinen Kisten-Monster. Kapuze des Gebets. Rock des Gebets und Robe. Zauberer, shit. Yippie, yippie. Hier kommt der Weihnachtsmein. Mach Feuer ein. Leuchtfeuer. Da kommt der Weihnachtsmein. Guck mal, das geht überhaupt nicht. Wie der Fake-Kamin. Ey, die sterben alle hier drin. Wenn die den Kamin anmachen. Na gut, die sind eh alle tot. Ja. Im Prinzip macht das nicht weh. Jetzt gucken wir nochmal hier runter. Schön. Übelst gut. Schöne Architektur. Architektur. So, da sind wir ja wieder oben. Oder was? Da ist noch einer. Da oben ist irgendein Feuerkrempel. Und hier, du musst auch sterben. Ich weiß nicht, an wie wird. Das ist fein, so ein Drachenflügel zu sehen. Wie? Die Drachenflügel. Hast du einen gesehen? Ja. Oh, oh. Was ist denn da hinten? Guck mal links. Ja, der... Wir kennen doch dieser... Dieser Onkel. Sieht aus wie so Puppentheater. Guck mal. Das ist nur der Kopf. Geil. Voll Demon's Souls redig hier alles. So. Mach tot. Ich mach tot. Jawohl. Gut. Und jetzt hier? Warte. Ey. Übelst hart. Er ist jetzt zuvor gekommen. Ich wollte durchschlagen. Toll. Trinken. Okay. Noch ein Item. Hey, da kommen sie. Da kommen sie. Töte sie doch. Ich töte sie doch. Alle weg. Die übelste Gang. Ja. Die übelste Zombie Gang. Ey, da kommen wir runter. Springen. Nee, das ist bestimmt nicht so vorgesehen. Wann sie zu hoch? Gut. Lassen wir es. Wenn ihr es wisst, schreibt sie uns. Geh lieber links hier mal rein. Wenn ihr es sagt, dann würden wir da runter springen. Wir springen sofort, sobald ihr sagt. Sofort. Ja, nur einer muss es nur schreiben. So mal noch viele Waffen. Ja, kann wieder keiner nehmen. Ah. Ein Vetter. Ein Vetter. So einen habe ich mal gekillt. Ey, ich muss schnell raus. So, jetzt muss ich überlegen. Ein Vetter mit zwei kleinen Äxten. So klein sind sie gerade. Ja, was machst du denn? Ich weiß es doch nicht. Wieso rollst du denn in ihn rein, wenn er von beiden Seiten fliegt? Der ist auch nicht schart. Guck mal, da oben fliegt so ein Vieh rum. Ich habe es nicht gesehen. Ey, voll der fiese Trick hier, den er macht. Wächst der wie in den Arsch? Was machst du denn so eine Scheiße? Guck, da hinten ist es. Ja, oh. Übelst krass. Mach doch mal die Kamera da hin. Ich, ach so. Ja, man sieht es doch. Was ist denn das für ein ekliges Vieh? Das sieht aus wie, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Dass das Ding überhaupt fliegen kann. Eine fliegende Wurzel. Ja, genau. Richtig. Jetzt werden wir ja sehen, ob die harten Ritter auch jetzt wieder in dem Raum sind. Stimmt. Die harten Ritter. Ja. Oh, also. Und sie laufen weg. Geh ich dann weg, genau. Gut, gut. Das ist aber auch krass nah, ne? Ja. Krass nah. Krass nah. Also theoretisch könnten sie ja dann reinlaufen. Ja, aber so wird dann nicht. Theoretisch könntest du einfach mal alle töten. Auch den Fetten. Ja. Das mach ich jetzt auch einfach nochmal. Mach die tot. Ich mach's dir doch tot. Ah, ich glaub, die machen mich tot. Quatsch. Die machen mich überhaupt keiner tot. Da hab ich gar die Seelen ein. Hey, hey, hey. Ich töte alle. Ich töte alle. Alle. Komm mal, er ist voll verdammt. Ich treffe keinen mehr. Hilfe. Keiner hat mich lieb. Denk dran, der andere schießt. Ja, ja. Schlägt durch das Holz. Ja, ich weiß. Mach ihn tot. Ich mach ihn doch jetzt tot. Treten und töten. Ich weiß doch gar nicht, wie man tritt. Immer noch nach vorne R1. Ja, das ist mir viel zu viel. Lieber ein paar Mal treffen lassen. Der ist viel cooler. Das ist ja, ihr kennst du. Jetzt lauf doch nicht wieder vor ihn her, sondern neben ihn. Ja, das mach ich. Jetzt mach ich so einen krassen Schlag. Viel zu langsam. Scheiße, Tobi. Jetzt mach ich die Gang hier nochmal tot. Brauchst du überhaupt nicht. Doch, mach ich. Die bringen Seelen. Schlag drauf. Gang kommt hoch. Du musst draufschlagen, dass sie runterfallen. Ach so. Das geht auch. Natürlich. Guck mal, der eine ist jetzt rückwärts hier runtergefallen. Naja. Und er ist nicht da. Also können wir nämlich auch nicht runter. Ja. Hier, Item. Sehr gut. Jetzt, äh, klopp so. War der hier? Ich weiß ja, dass er runterkommt. Der kann zum gleiche abfangen. Da oben steht er. Wo? Da, stimmt. Aber ich kann auch einfach hochklettern. Ja, dann kommt er runter. Und dann? Ja, nee, wir machen das schon. Kannst dann draufspringen. Auch eine gute Idee. Ey, gute Idee. Aber kann der klettern? Nein, der dicke Ganner hier nicht. Sonst wäre der doch jetzt runtergeklettert. Komm mal hin. Du musst immer den Gegner in den Augen behalten. Nein, ich gucke doch, ob hier oben was ist. Was ist er denn jetzt? Na, der ist nämlich unter dir. Dann gehe ich jetzt einfach hier hin. Tja, jetzt wartet er einfach nur. Na toll. So ein Sack. Bist du jetzt im Nachteil. Ja. Haha. So. Oh, er dreht sich voll. Ja, du und ich. Diesen Treppen am Satz kannst du runterlocken. Ach, der ist ganz entwendig. Ja, ja. Was macht er jetzt? Mach doch einfach tot. Ach, du Scheiße. Ist doch nicht schlimm. Ja, ist doch nicht schlimm. Mach nur den Engel scheiß Mist. Warum hat er noch mehr Echse? Mhm. So. Trink was. Ja. Er hat auch kleine Stügel, süß da. Ja. Er sitzt übelst verengelt. Ja, geil. Du bist zu klein für ihn. Ja, er hat über mich drüber geschlagen. Ja, toll. Das war auch ein echter Brocken. Ja. Ich dachte, wir kriegen jetzt eine kleinen Flügelchen. Das wäre doch gut, oder? Um damit trotzdem nicht zu fliegen. Genau. Aber ein bisschen flattern. Funke, Titanic. Was waren das für Nachrichten da oben? Vielleicht eine geheime Geheimwand? Ja. Da stand wahrscheinlich einfach nur, oh, wenn du hier oben bist, dann kannst du nicht mehr auf ihn draufspringen. Genau, weil wir ja schon so ausformulierte Nachrichten gelesen haben. Scheinbare Wand voraus. Noch ein. Sag ich doch. Ey, übelst geheim das Ding hier. Ein Gemälde. Guck mal, da ist er. Ist er das nicht? Boah, cool. Das war von ihm. So eine Fettkloppsrüstung. Ey, cool. Die gucken wir uns aber gleich nochmal an. Moment. Wieder die falsche Teste. Wie ist immer die Fettkloppsrüstung? Geil. Yes. So, hier ist er doch schon. Boah, guck mal. Übelst gut. Aber schwer. Ja. Rüstung. Ey, krass. So, jetzt gucken wir die anderen an. Kloppsirüstung. Wo ist er? Ah, hier unten drunter. Boah, guck mal. Übelst gut. Und darin zehn. Aber übelst gut. So. Dann hier. Das wahrscheinlich. Ja, es ist alles besser. Es ist aber auch alles schwerer. Trotzdem gucken wir die an. Was ist das hier? Jo. Ey. Da wiegst du wahrscheinlich 100 Prozent, wenn du die anderen anziehst. Ja. Fett. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jo. Und ein Heiligblütenschild. Den gucken wir uns auch noch an. Echt? Ist der schlecht? Stimmt. Heiligblütenschild. Ja. Guck mal. 54. Ist nicht wirklich gut. Okay. Geh mal aufs Dach. Aufs Dach. Gucken wir runter. Und stellen fest. Es ist zu tief. Und hier. Ausgebessert worden. Ja. Ach hier. Du meinst ja. Stimmt. Kommt man aber überall nicht runter. Ist einfach nur eine Kacke da hinzugehen. Ja, kannst du runter. Guck mal hier. Genau, ja. Das ist ein Überraschungsangriff. Mach ich aber nicht. Da krieg ich nur was. Und da bist du auch viel schneller da. Weil ich aber was abgezogen kriege. Ja nicht. Das ist doch vernietrig. Dick weinst. Spring da jetzt bitte runter. Oh ey. Ich krieg übelst Energie abgezogen wegen dir. Hä? Guck doch mal. Guck mal. Ey. Zack. Guck mal. Hm. Voll hart viel. Ja. So. Zeig lieber nochmal das Flugvieh. Was sind wir im Flugvieh? Na das in der Luft ist. Oh wir haben eine Brandbombe. Oh guck mal. Ey. Hinten übelst die Wurzeln dran. Der Wurzeldämon. Ich nenn ihn jetzt. Der geflügelte Wurzeldämon. Na dann hinterher. So da oben geht's ja nicht weiter. Oh guck mal geil. Wie cool sieht das denn aus. Das ist noch einer. Ja. Ey das müssen wir uns noch reingucken. Ey. Na er schießt. Ich hab ihn nicht gesehen. Hinter dir. Ja hinter mir. Ey was. Oh. Wieso. Das ist das Beste auch da stehend. Trink doch mal was. Ich will den töten. Hey. Einschlag und du bist weg. Ja. Aber der trifft mich doch nicht. Mhm. Du kannst nicht trinken wenn du dieses Pulver hast. Ey. Wann bin ich jetzt tot? Ich glaube die Folge ist auch zu Ende. Aber erst hab ich die Sehender. Ja. 20.000 übrigens. Das musst du tun. Das musst du tun. Na jetzt kommt ja der Feldkopf nicht wenn du in den Raum gehst. Mhm. Was denn für ein Pulver? Naja das kam schon mal in der Kathedrale auf den Dächern. Das ist doch scheiße. Du werf einen mit Pulver. Das äh. Dann kann ich mich nicht heilen. Das Feuerschaden übelst hart macht und du dich nicht heilen kannst. Ey das ist doch gemein. Das zieht Pulver. Ich finde das einfach gemein. Und ich finde die sollten das auch auspatchen. Oder selber einen so in Pulver geben. Das sind schon deine Seelen. Ja. Aber erst muss ich den töten. Das ist meine oberste Richterpflicht als Ritter. Riecht als Flitter. So jetzt nochmal runter und jetzt umgucken. Warum denn runter? Ja. Ich habe irgendwas schreien gehört. Hä? Ich selbst? Ja. Gedanklich. Jetzt hole ich einfach die Seelen. Ja. Gut oder? Sehr gut. Hihi. Voll der Hauptmann. Oh. Tust du das? Die haben wir auch irgendwann mal bekommen. Ja. Tritt. Ich weiß nicht mehr wie das geht. Nach vorne und R1. Nach vorne und R1. Also. Nach vorne und R1. Gleichzeitig. Ach Quatsch. Das ist doch Kiki-Fax. So Klack-mäßig. Ja. Das ist doch für Kämmer. Mach's mal. Ich kann's nicht. Trink doch was. Ich habe mich jetzt einfach verwirrt. Jetzt mache ich ihn einfach tot. So eine Scheiße hier. So. Jetzt gehe ich zurück zum Feuer. Und dann ist die Folge beendet. Ja. Das war ja wieder eine lustige Folge. Fand ich. So. Jetzt sind bestimmt die Ritter hier. Das muss doch alles hingehen, ey. Ja. So. Jetzt setze ich mich auch direkt dran. Gut. Liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö.